Sooo, da bin ich wieder. Den ich jetzt mache wird's... Rotfarbe ist ein bisschen gut dann. So, das Ding ist ja alles schon ein bisschen gemacht. Der hat auch die Fridolin Haare. Von Fridolin Schlömpel vom Grund. Das ist ja auch, das ist ja auch mal schick. So, aber... Ähm... Hm... Hat er da so ein Segel geworden einfach? Alter Verwalter... Würde eigentlich schon gehen. Rundspitze hat er nicht. Rundgröße... Geht eigentlich... Krümmern... Das ist schon ok. Ding ist... Ohne... Ah ne auch schon im Ordner. Dann lass ich das mal so. Sooo... Dann werde ich mal langsam machen. Alter... Dann muss ich das Bild mal auch nehmen. So... Dann ist eigentlich mittig recht... Eigentlich recht mitten mittig. So... Die Höhe... Recht mittig... So... Vorne... So... Alles... Irgendwie so... Verwaltert eigentlich gar nicht... Ne... Hat er schon... So... Ähm... 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 Tiefer... Breiter... Verbreiter... Die Höhe... Schon richtig so... Tiefertiefe... Achso... Das ist ja bloß hier... Ähm... Dings... Das ist... Vielleicht lass ich mal so... Hm... Das ist... Ähm... Brauch ich ja nicht... Ich... Ähm... Ohne Telepektive... Hat er ja eigentlich ganz... Ähm... Er sieht so nerdig aus einfach... So... Keine Fülle... Ja... Ist ja nicht so... Größe... Das geht eigentlich... Der ist so mit großen Augen einfach... So ist es einfach... Keine Höhe... So... So... Dann kommen die Augen nochmal dran... Obwohl... Ähm... Ich wollte mich ja nach oben nach oben... Gesichtsprofil... Ja... Ich weiß nicht... Ich... So... Geht eigentlich so... Die... Breite... Eigentlich ein bisschen... So... Die Höhe... Eigentlich ja so... Ähm... Komm schon so hin... So... Augen... Weil jetzt wollte ich nur wieder die Augen rauskriegen... Das... Weil der hat ja auch immer eine Brille auf... Und das... Ist... Schwierig... Obwohl... Da sieht man das ja eigentlich ganz gut... Ja... Schon wieder grün... ETF... Hm... So... Weil die Augenbrauen... Ach... Na gut... Der hat ja... Der hat ja so eine dicke Wul... Wulst... Braue... Brauen einfach... Aber so dick sind die im Ofen... Der nicht... Ist mir so ein Schwung... Nee... So... So nicht... Hm... Alter... Nee... So... So... Nicht... Hm... Schwierig... Schwierig... Die sind... Entweder sind die zu dick oder... Ich... Weiß auch nicht... Ja... Die sind ja schon... Ist schon... Käse... Gut... Ähm... Der hat ja auch schwarz... Aber... Muss ja auch... Die Farbe muss ja auch... Passen... So... Ähm... Die Augen anpassen... Augengröße... Das ist schon mal ok so... Höhe... So... Höhen Höhen... Das... Geht... Ähm... Alter... Drehen... Ja... So ein bisschen... Bisschen ranig eigentlich... So ein bisschen... Ja... Augenabstand... Es geht eigentlich schon... Augenfimmeln... Okay... Oh, Spitze niedriger... Äußere Augen... Ja, das ist okay... Augen spitzen... So geht das schon... Na ja... Also ein bisschen was er macht... Zum Beispiel die Norde... Nasenrücken... Die Höhe... Das ist ja so zwischendurch... Aber so ein bisschen tiefer... Wie man die Nasengröße und Länge machen... Alter... Das... Vor allem die Länge... Das ist echt krass... Weil die ist ja echt nicht so lang... Nasenhöhe... Nasenbreite... Jetzt nicht ganz so bereit... Nasenlänge... Die hatten wir ja... Nasenrundung... Eigentlich nicht rund... Nasengröße... Nasendefinierung... Schon so... Nasenloch definierbar... Getröße... ... testieren... Getröße... Getröße... finds n... Ahem. Ahem spitzend. Der macht so ne runde Nase. Das ist echt groß. Nase, spitze, Winkel. Wollen wir schon dazu. Wollen wir gucken ob das ist. Wollen wir auch Gonnaen. Aber noch nicht. Hier muss ich mal den München machen. Ein bisschen breiterer Mund. Und Höhe. Tiefe. 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 Definieren. Wir müssen ein bisschen gucken einfach, das ist ja nicht so sonderlich. Das sieht ihm auch schon ähnlich, ne? Schon krass. Und wenn der jetzt noch ne Brille hätte, ne? Ich mein, jetzt bin ich ja eh fertig. Ich brauch nur noch ne Brille kredenzen einfach. Und dann... Ja... Ne, das ist ja nur ordentlich, ne? Ja, was heißt nur ordentlich? Die Sonnenbrille kannst du vergessen. Die haben auch nicht viele Brillen, ne? Die so... Ich will nicht sagen hässlich, aber die so ein bisschen... Das würde schon gehen. Würde schon gehen an sich. Ähm... Das muss ich auch mal. So... Ich werde auch immer ruhiger. Das fällt mir schon auf. Das ist schon... Krass. Aber... Also ne Freizeitkleidung ist ja auch nerdig eigentlich. So ne Tante Käthe Dings oder was? Ne, mit der Katze. Das ist ja auch mal geil. Ist ja witzig. Hm... Zu ihm wird das auf sowas alles passen, ne? Aber was anderes wird zudem ja nicht... Ja, das ist gut eigentlich. Hose? Ne alte Jogginghose, oder? Ja, die ist eigentlich zu eng. Eigentlich zu eng anliegend. Irgendwie. Das würde schon wieder gehen. Hm. Hm. Ha, 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 ha. Meine olle Jeans geht auch. Aber die ist unten ja zu weit, oder so. Das sieht irgendwie komisch aus. Hm. Es sieht echt komisch aus. Das steht nämlich so. Ja, das geht auch. Oder? Die ist eigentlich schon wieder besser. Hm. Ich weiß das gar nicht so genau. Die würde auch gehen. Die wäre auch super. Aber... Ja, das ist... Ist nicht einfach. Sie gehen aber echt ähnlich. Mal sehen wir mal. Aber die Schuhe passen auch. Die gehen auch voll. Deswegen... Geh ich mal über. In den... Alten... Abendkleidung. So, so. Alter, die Brille... Die muss... Die muss auch... Die... Die muss bleiben. Accessoires. Alter, die Hornbrille. Alter, das muss bleiben. Die muss bleiben. So. Dann... Tops... Gibt's hier nix schmuckiges oder so? Na ja, neue Bühne... Das sind die neuen Bühne-Outfits einfach. Da geht er einfach mal mit. Da kriegt er auch die zerrissene Rose mit. Und... Ja, das geht schon. So. Das sieht gut aus. Schon mal. Dann... Fehlen wir noch ordentliche Schuhe, ne? So. Die müssen ja auch einheitlich sein. Das sind ja Bühnen-Klamotten. Wie ist denn das? Äh... So. Ja, das sieht so super aus. Siehst du? Schlafanzühe! Mardunsa! Mh... Der Oberteil den Brauch eigentlich nicht. Ein Schlüpper wär schön. Ja, ich... Obwohl... So ein Feinripp-Schlüpper einfach. Ist auch ein Beige. Äh... Irgendwie. Ja, das passt doch. Ja, das ist doch super. Das passt doch. Ja, das ist doch super. Oh nein, ich verunstalte ihn so nicht. Äh... Nein, ich hab privat nicht einen beigen Schlüpper gesehen. Das will ich damit nicht sagen. Aber... Ähm... Der trägt sowas privat ja eigentlich. Obwohl ich's nicht genau sagen kann. Weil ich den ja so ordentlich noch nicht seh. Also einen Schlüpper meinetwegen so. Aber klamotten-technisch... Ähm... Naja... Mal gucken. Würde eigentlich schon gehen, wenn's ne weiße Hose wäre. Müsste man eigentlich weiß machen. Na das geht doch. Die Schuhe müssen wir mal ändern. Dann... Grün... Na... Blau... Kann man den nicht komplett weiß machen? Hm... So, dann hat er das schon mal, der braucht er auch, der geht auch mit der Brille ins Bett, ganz ehrlich, so, eine Flake ohne Brille, Alter, ich weiß das, das kennt man ja eigentlich gar nicht, zumindest ich nicht. Ähm, Schlafanzug, da braucht er auch eine Brille, der geht auch mit Brille ins Bett, das ist, äh, der duscht sogar damit, so, dann hat er die da auch, der geht auch mit Brille baden, das ist, genau so, Dings hab ich jetzt, ne, muss ich den mal kurz so radeln, ja, hab ich, gut. So, ähm, den hab ich auch bald fertig, dann bräuch ich noch einen einzigen machen, einen einzigen, ich bin ja begeistert, dann bin ich bald fertig, was schon krass genug sein wird, eigentlich. Da, da, jetzt mal auf den Sack klicken, damit ich die Farbe ausziehen kann. Ja, so ein pissgelben Film, der hat sich schon eingestrullert, einfach. Naja, nee, das muss nicht sein. Ja, auch mal beige, das geht. So. So. Ja, dann können wir ja mal, Persönlichkeit. Was machen wir denn da? Na, athletisch kannst du vergessen, Autofoot, Koch. Begeistert. Hm. Ähm. Würde zwar eigentlich nicht passen, aber ich weiß nicht, wie genau das da so ist. Den mach ich mal bei ehrgeizig rein. Räumt mich auch. Eigentlich kann ich ja mal geschickt reinsetzen. Und mich ehrgeizig raus. Dann kann er wenigstens ein bisschen was basteln, falls in der WG was kaputt geht. Äh, das kann ich ja noch nehmen. Gehzornig ist blöd, das geht nicht, weil ich's... Weil es widersprüchlich gegen... Dings ist. Künstlerisch. Künstlerisch. Das ist ja... Auch gut. Ähm. Schütteln. Ähm. Also Schrumpf. Schütteln. Star-Qualität sowieso. So, dann haben wir schon mal alles. So. Rockstar. Die meisten haben Rockstar. Das ist sehr gut. Freundlich. Achso, das haben wir ja jetzt. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. Ihr wisst es ja. So, Benutzer definiert in Orblau. Ich meine, alles ein bisschen eintönige Farben und da ist alles charaktersch... und so. Alter, das klingt... das klingt ja richtig schwul. Alter, das ist gut. Oh, Sternzeichen, wenn wir mal wieder gucken, ne? Dann bis gleich.